Wer ist das aber? Ja der sich da unsichtbar machen kann mit seinen zwei äh Dolche. Achso. Der macht ja ultra viel damage, ne? Ja. Keine Chance ey. Ne, wir haben das Layout ein bisschen verändert. Ja? Ja, da steht jetzt passiv Eigenschaft E und sowas. Irgendwie so anders. Hm, fällt mir grad nicht auf. Ich geh nach unten. Ich auch. 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Möge der Kampf beginnen. Was du heute kannst besorgen. Ich fühle mich stärker. Auf A gedrückt halten war schießen, ne? Scheiße. Oh du Pflaume. Verweiße ey. Verweiße ey. Ich hoffe ihr seid bereit. Ich hoffe ihr seid bereit. Nee. Ich hoffe ihr seid bereit. Nein. Falsch. Falsche Richtung. Ja. Boah, ein Hinterhalt Boah, Glück gehabt, ey Ja, ich habe sie gestunt gehabt Komm, wir gehen nach da Kommst du mit nach oben? Ja, Moment Ja, Moment Das war's Alter, macht der Damage Stimmt, wenn man nix, du meinst, wenn man die Fähigkeiten aktiviert, so die Talente verteilt, dann steht da jetzt Passiv oder Q und so, ne? Ja, genau Ja, da hast du recht Nice Das muss auch schon mal dauern Scheiße Nein Du Sau Achso, ich wollte schon sagen, ey Okay Ich bin der Schwach Hier geht das Manner aus 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 Du bist Heime Oh, ich da unten etwas Hilfe Jo, ich komm Hier auch mal kurz zu Base zurück mal nach wieder aufladen so ich geh mal eben das Campisch rein machen und dann ich komm mit und dann geht's auf den Aldi die Unkrautler erheben sich ja nicht befreit meine Damen alles ist klar sind wir drauf? ne schaffen wir nicht die anderen kommen sonst oh fuck das hättet man nicht machen sollen ja die haben schon alle geholt das ist doch das sieht mies aus für uns ich kann deine ich kann das Camp da unten machen ich kann das ich kann das Jeeey, direkt drei Lager hier machen, ne? Komm, wir beide machen ein Lager hier Steck bloßen ich hab mir mal einer da hilft ey na gut eine da dead full life in alle 2 meister der hilft oh man oben liegt level auf ohne Der Schwamm ist ewig. Hey, Leintal. Diese Welt gehört mir. Oh, das ist egal. Das ist egal. Das gibt es nicht, ey. Doch, besonders. Ja. Aufpassen, alle sind. Nein, die sind alle oben, wir können rutschen. Ja. Die Nacht bricht in 30 Sekunden herein. Ja. 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 Schau mal, die sind schon immer 17. Ja. Ja. Kommt, holt euch weiter, euer unbeheuer Helm, Lio, erbt die Leichen eurer Gegner. Hier, dann mal Furion, ne? Ha. Der macht nichts außer die ganze Zeit an dem Pflanzending zu fänden, bis er dann noch fertig ist. Ach, ach, ich dachte, der unter mir war ein Kollege, ich hab da jetzt vorgepennt. Ah. Mein Eroberung, so geht weiter. Wir gehen nämlich die ganze Zeit alleine unten, uns zwei bis drei Gegner. Ich fahr jetzt gerade einmal weg, weil ich tot war. Wir haben die Gegner unten komplett durch. Jo, warte, wir versuchen auch hier das Vieh zu killen. Jawohl. Jawohl. Guck, der kämpft schon wieder an. Ja, solange der jetzt was macht damit, ist eigentlich relativ wurscht. Ja, solange der kämpft schon wieder an. Yeehaw. Euer ungeheuer, mein König ist gefallen. Anscheinend habt ihr eine weitere Nacht überlebt. Den ist noch mal. Boah. Nice. Ist mein Ulti nicht schön auch so? Ich hatte das auch gerade Ulti an, wo der mich da gezogen hatte, weißt du? Ja. Da dachte ich mir nur, nisch mit mir, Junge. Nee. Ich nehme mal hier oben das ein. Ja. Jawohl. Nice. Das ist süß Wir haben Stufengleichheit Yo, schon seit 20 hier Boah, wenn wir jetzt nur gewinnen, dann flippe ich aus Ist gut Noch mal zurück, kurz Kurz heilen Wo kommen die Hohmanns alle unten, ey Woher machen wir da richtig Bock, wenn ich da jetzt so spiele, ey Krieg richtig Heißhunger auf das Spiel Boah, jetzt will mit die Ulti gleich da rein Nein Jawoll, nice Nein, ich bin tot Scheiße Ich hatte irgendwie infiziert, also ich hab ganze Zeit Leben verloren Scheiße Da unten Ja, ich bin tot Ja, ich bin tot Verdammt Nice, ey Boah, ja, guck mal was gewinnen war Die Nacht bricht an, ne Ich bin tot Ich bin tot Es ist so weit Tod, was getan werden muss Das Problem ist, zwei von denen sind, also eigentlich ist ja gut, zwei von denen sind tot, aber auch zwei von uns Was macht der? Was ein Eierkopf Was ein Eierkopf Und holt euch seine Macht Erhebe dich, mein Ungeheuer Geheuer Saug deinen Feinden das Leben aus Ich geh mal kurz die Freunde so ein bisschen verteidigen, die greifen nämlich unsere Basis an die Schweine So So Ich bin tot Ich bin auf dem Weg. 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 Nice. Nice. Ich bin auf dem Weg. 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 Neue! Saug deinen Feinden das Leben aus! Die leben wieder alle, ey. Willst du da jetzt echt alleine durchpushen? Na? Willst du da jetzt echt alleine durchpushen? Alle bei mir, ne? Ja. Egal, mach du da, wir sind hier auch jetzt schon fertig wieder. Ich glaub, wir bekommen den jetzt nochmal, oder? Der Morden dämmert Helden! Und nun müssen meine lieben Kinder! Ich terminier diese Helden! Ich glaub dir mal alle zu euch! So, alle sind jetzt gefangen! Was ist jetzt wirklich? Ohhhhh! Wie geil war das denn?! Wie geil war das denn, ey? Die alle zusammenstehen, ne? Hey, einer kann da Ding nehmen. Hm? Einer kann da Ding nehmen. Obwohl, scheiß drauf. Nice. Ja. Nice. LOL. Alter. Deswegen würde ich gerade extra mit der Pflanze in die Reihe bringen, sodass ich meine Ulti in allen machen kann. Boah ey. Aber was hast denn du für eine Ulti? Das ist so eine Art Kreis, dass sie ja nicht entweichen können. Das ist so eine riesige Bubble, wo die alle... Aber...